Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Jo, letztes Mal mussten wir feststellen, dass wir unter Beobachtung stehen und jetzt werden wir weiterziehen. Über die Lomi-Hügel. Sie sagte, dass die Bäume mich jetzt später angreifen. Na, schau euch, lass ich mal in Ruhe. Prügelt ihr euch ruhig weiter. In den Streit mische ich mich nicht ein. Oh, was ist das hier denn für ein Schlachtfeld? Ich wusste schon, dass es so heißt, bevor ich es ausgesprochen hatte. Das sieht halt einfach aus wie das Schlachtfeld, äh, was wir am Anfang hatten. Als ob hier Zerstörung geherrscht hat. Das ist wunderschön. Es sieht nicht so ausgesprochen. Ich bin hier ein paar Jahre. Und die Battel, es muss man sein. Es ist nicht nur Infanterie. Ich sehe Faronis records streuen all over. Es ist nicht nur, was wir hier können. Wir können hier re-euse. Wir sollten schauen. Ja, gut. Lass uns aufhören und schauen uns. Wir können hier re-euse. Wir können re-euse, meine Wings. All this junk is rusted through! Huh? Oh, no love. The connector's the wrong size. This one's Kevesi. You've been here for quite a while. What is this? Why is my name on here? What is this? Why is my name on here? Yuni? Yuni! Did you find anything worthwhile? Huh? I said, did you find anything we might be able to salvage? No, nothing at all. Not here. Seriously? You were here all frozen, so I figured you must have struck something gold. Come on, help me ship this thing here, would you? Yeah, all right. No way that was me. Just... Someone with the same name as me. A coincidence. Hey! Over here! Uh... It's... A golden flame clock. But wrecked. I've never seen one. A real golden flame clock. Ain't that strange. We're talking gold rank. The shiny pinnacle of every colony's ambition. And this is how we find it. It's a... Kevesi, isn't it? Yeah. Has to be. For all that... I'm not seeing any Agnian corpses or weapons. What does it mean? Sparks... How could they have ended up this way? Oh, come on! Not a spark again! Just as planned they have! mir gerade die theorie auf es könnte ja sein dass die wirklich alle am laufenden band produziert werden dass die alle roboter sind so wie bei zentralen bekonächtes x und eigentlich gar keine menschen sind weil das war ja eine zweite juni merkwürdig muss man schon sagen für die ich war ich fertig für die ganzen toten leute hier auch wenn du nichts damit zu tun hat es war ja dieser möbius offenbar die kolonien zerstört hat es hieß ja auch die machen das einfach nur weil die fanden dran haben wollen das kann ja wirklich sein dass sie die kolonien deswegen nur auf den maximal reinkommen lassen damit sie einen würdigen gegner für sich haben so gesehen auf ihrer sicht das wäre jetzt meine vermutung um der möbius hier halt komplett alles zerlegt hat naja so oder so ich gebe dir jetzt erstmal eine angst kette der schaden wurde rausgehauen wir haben ultra viel damage gemacht jetzt kann ich ja ruhig die sind aktivieren das ist ja das ist das ist das ist was was Das ist ein Standard Castle Issue Autonomous Sentry Leibniz. Es braucht nicht Human Operatoren. Hey, dieses Symbol, ist Lambdas, richtig? Huh? Taian, nicht du mit... Wir müssen uns weg von hier rauskommen. Obwohl es unvergültig war, ist es sicher, dass die Daten der Kampfkommissionen zu der Kolonien haben. Sie vielleicht sogar können, dass wir diejenigen, die es kämpfledig war. Genau. Also, ich glaube, es gibt nichts mehr von hier. Los geht's, Noah. Gotcha. Mio? Hm. Juni? Juni ist gerade verstört. Ich mach grad extra den Avatar nicht im Bild, weil er gleich wieder in die Sequenz kommt. Oh, ihr seht putzig aus. Äh, die guten alten Täuschers. Okay. Ich dachte, es würde in eine Videosequenz kommen. Klingt gut. Juni braucht auch eine Pause. Die braucht dringend eine Pause. Kann ich die Stufen steigern? Ja, zumindest bei Eno. Okay. Wenn man sich nicht mehr nimmt, dann geht's auf. Ah! 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 Das war's für heute. Oh, danke. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. 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 Es sieht aus, dass das unsere Weg nach unten ist. Spin Lines! Oh nein! Manana, stop! Manana, ich kann mich nicht aufhören! Manana, ich kann mich nicht aufhören! Warte! Manana, bist du okay? Manana, bitte bist du okay! Manana, bitte bist du okay! Manana ist gut! Nur mein Herz geht pitter-patter! Nur mein Herz geht pitter-patter! Ich habe nur gesehen, dass mein Herz geht pitter-patter. Ich bin wirklich, Manana, das war wild! Puh! Ich bin glücklich, dass du sicher bist. Manana ist gut für viele Dinge außerhalb der Küche. Manana, du bist in wie eine verrückte Pond, um das zu zeigen? Manana ist gut, auch im Güte. Manana ist gut? Manana ist wichtig zu zeigen durch diektive悟 sind! Manana ist nicht nur ein Po. Manana ist nur ein Po. Manana ist speziell für eine Selbstverwaltung! Manana ist wichtig, dass Riku pounds Doesikat euch miedo? Manana ist wirklich falsch! Manana ist nicht so... Es gibt so viel Wahrheit. Das ist sehr entscheidend. Aber meine Nanna ist wirklich gut. Ja, das stimmt. Worrying zu viel ist nicht gut für dich. Genau. Das ist warum Riku nicht Worry. Deine Blushy little cheeks nicht von jemandem fallen. Keine Schmerzen. Noa, bitte kommen Sie auf Riku. Du einfach nicht wollte dein Freund werden. Wir lassen es so? Aber hey, sie hat alle Spinnen in einem Schlag erledigt. Also... Kompliment dafür. Ja. Es sollte operabel werden. Jetzt? Wir warten. Meine Nanna hat eine wilde Seite. Ich war so schockiert wie du. Ich versuch gerade das Gestein zu identifizieren. Das ist was Riku hier für. Das ist ein guter Punkt. Du bist der Gestein. 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 Jetzt soll ich hier die ganzen Gegenden absuchen. Und das sind drei verschiedene Himmelsrichtungen auch noch. Ich sehe da auf jeden Fall einen Container. Die Container nehme ich immer gerne mit. Okay, da ist auch noch mal so ein glitzender Stein. Ich hätte eventuell an Gold gedacht. Hey, ich habe einen gefunden. Nein. Das ist nicht richtig. Aber es ist sinnvoll. Also Riku, mach es. Okay. Nützliches Gestein. Genau. Die wurden erfunden. Nicht geboren. Sie wurden erfunden. Sie wurden erfunden. Ist das hier? Es sieht so aus. Aber es ist nicht. Es sieht so aus. Observe hier genau. In... 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 Okay... 2-Lie. Was ist nicht sinnvoll? Hasst jetzt gehalten. Ein Schichtstein? Vielleicht alle drei zusammen? Praktisch? Oren als eben. Oren als... Und ich muss nicht mal drum kloppen, weil die zu schwach sind. Elektrogrillefossil. Ah, okay, ich muss jetzt noch ein bisschen nach da hinten. Na gut, ich würde aber sagen, wir machen hier für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst einen Abunden-Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!